Also hier der Mo, der hat uns ja Rollbilder mitgebracht aus Japan und hat uns überrascht, weil die ganzen Apartments haben verschiedene Namen, wie zum Beispiel Wasserfall oder Tiger und jetzt haben wir hier zu jedem Rollbild haben wir ein Apartment oder umgekehrt und jetzt sortieren die sind alle handgemalt, manche ganz alt, hier schon mal das zum Beispiel mit dem Bolidama, das ist schon richtig alt wie es aussieht, dann haben wir da noch eins fürs Drachen Apartment, Kirschblüte, Wasserfall Apartment, Tiger gibt es auch, ein Tiger ist schon Rollbild auch drin mit 100 Tiger drauf, aber da passen die super rein. So, ist immer lustig, wenn zum Beispiel Übernachtungsgäste kommen und dann fragen, welche Zimmernummer habe ich und dann sage ich Apartment Tiger, aber keine Tiger Bettwäsche. Ja. Das war's für heute. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi.